Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Mittwoch, dem 8. September 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1077. Heute mit den folgenden Themen. Oppo, ColorOS, IKEA, Synology, Apple, WhatsApp, TikTok und Interview. Ja, ihr habt richtig gehört, es sind einiges an Themen dabei. Einiges davon aber auch, was ziemlich schnell abgefrühstückt werden kann. Zum einen ist das die Oppo Renault 6 Series, welche am Donnerstag offiziell für den europäischen Kontinent vorgestellt wird und präsentiert wird. Das kann jeder von euch live mitverfolgen, passiert in Paris und kann wie gesagt eben über YouTube zum Beispiel direkt angeschaut werden. Wie und wo das geht, Link in den Shownotes auf daily.tiktok.ch oder im Podcatcher des Vertrauens zum Anklicken und Nachlesen sowie Verfolgen. Darin findet ihr auch die Hintergrundbilder zum kommenden ColorOS 12, auch hier wieder von Oppo. Die sind nämlich aufgetaucht. Nicht das komplette Betriebssystem wurde vorgestellt oder der Aufsatz des Betriebssystems, sondern die Hintergrundbilder. Welche das sind, in den Shownotes findet ihr dazu die Informationen. Und logischerweise auch da würde mich freuen, wenn ihr ein kleines Feedback geben würdet, welches der Hintergrundbilder euer Favorit ist. Meines ist nicht das, was da im Headerbild mit drin ist. Ich habe länger hin und her geschaut. Für mich ist das drittletzte irgendwie das, was ich am ehesten wählen würde. Ikea hat für seine Symphonisk-Regallautsprecher Bodenstative vorgestellt. Wir nutzen die gerne in Gestellen von auch Ikea, diesen Kallax-Dingern. Aber das Ganze gibt ihnen eine neue Möglichkeit. 117 cm Höhe. In Deutschland gehen sie für 20 Währungseinheiten über den Online-Tisch. Ladentisch besser gesagt. Wie viel das in der Schweiz kosten werden, muss ich noch abklären. Bin ich gespannt. Neuigkeiten gibt es zu Synology. Alle, die eine solche in Betrieb haben und die Fotostation nutzen, die sollten ein Update anschmeissen. Und zwar auf ihrer Synology NAS. In der DSM drin gibt es dazu ein Upgrade, weil Sicherheitslücke entdeckt wurde. Schon wieder bei diesem Synology-Teil. Also schnell fixen, würde ich doch mal sagen. Ja, es ist draussen. Apple hat bestätigt, respektive eingeladen. Und zwar auf den 14. September um 19 Uhr. Dann gibt es Neuigkeiten von Apple. Je nach Zeit und Möglichkeit werde ich euch hier in der Daily auch gleich nach dem Event etwas präsentieren. Ansonsten kommt es dann, wie gewohnt, am nächsten Morgen um 4 Uhr für euch in die Podcatcher. Es ist wieder mal ein bisschen was aufgetaucht und langsam kriege ich wirklich das verschlüsselte Messages, die dann eben doch keine sind. Bei Facebook gibt es ja die Möglichkeit, oder besser gesagt bei WhatsApp, dass man Nachrichten, die einem geschickt wurden, die man nicht mag oder wo man denkt, dass das nicht mit koscheren Dingen zugehen könnte, melden kann. Wird sowas gemeldet? Geht eine KI drüber? Ja, ihr habt richtig gehört, eine KI kann in eure verschlüsselten Messages, welche von WhatsApp beworben wird. Niemand ausserhalb dieses Chats kann diese lesen, auch WhatsApp nicht. Na doch, eben, so eine KI kann das. Und wenn die KI sagt, ja, das ist irgendwas nicht koscher, dann hat Facebook ein paar Mitarbeiter. Und zwar in den USA, Singapur und in Europa, und zwar tausende davon, die Millionen von Nachrichten lesen, die eben durch diese KI durchfallen oder eben nicht durchfallen. Aha. Irgendwie habe ich den Glauben an verschlüsselte Kommunikation irgendwie komplett verloren. Alles nur noch Marketing, bla bla. Oder? Helf mir bitte, wo soll ich in Zukunft hingehen? Also, dass ich nicht bei WhatsApp bin, das wisst ihr ja sowieso. Aber das ist ein anderes Thema. TikTok überholt YouTube. Das ist natürlich eine heftige und eine sehr klickbaitige Titelzeile. Aber es ist zumindest in einem Bereich, nicht in der Masse der Nutzer. Da ist YouTube nach wie vor führend. Zwei Milliarden monatliche Nutzer haben sie. Bei TikTok wird geschätzt, dass sie so circa auf 700 Millionen User kommen. Also, da haben sie nicht überholt. Auch in der Gesamtnutzung wurde nichts überholt. Aber in der Nutzung eines einzelnen Nutzers im Durchschnitt. Also, die Leute hängen länger an TikTok als an YouTube. Ja, dieses TikTok kann süchtig machen und man bleibt da schnell mal ein paar Minuten, ein paar Dutzend Minuten, ein paar Stunden drin. Kann gefährlich sein. Zu guter Letzt habe ich euch noch einen kleinen internen Hinweis in dem Sinne. Oder zumindest intern im grösseren Sinne. Denn in unserem grossen Podcast, dem Mutterformat, habe ich ein Interview veröffentlicht mit dem Manuel Reinhardt von Ticketpark. Ich habe hier vor kurzem mal in der Daily darüber gesprochen, dass Ticketpark, das Covid-Zertifikat, die Möglichkeit des Scannens in die eigene App reingemacht hat, was dem Veranstalter, aber auch dem Kunden vor Ort das Ganze erleichtert. Und mit ihm habe ich ein bisschen über Ticketing und die aktuelle Lage etc. gesprochen. Wer also mag, eine kleine Podcast-Empfehlung an der Stelle. In diesem Sinne wünsche ich euch einen guten und schönen und erfolgreichen Start in den neuen Tag. Ich würde mich freuen, wenn wir uns bald wieder hören. Euer Pogipsi. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.